Ah, da seid ihr wieder. Herzlich willkommen zum dritten Teil aus Kopenhagen. Wir sind heute am Tag gegen Liquid. Du oder Deich heißt es hier. Die Jungs haben gestern noch mal ein bisschen die Puppen trainiert. Wir sind sehr zuversichtlich, dass das heute klappt und wir am Sonntag noch mal gegen Heroic antreten werden. Und jetzt viel Spaß mit dem Vlog. Liquid, gutes Match. Maps sind etwas, weil beide Teams spielen siebener Map-Pool. Deswegen wird es ein bisschen cool. Ich denke eher, dass es Maps werden, die uns gut liegen. Weil ich denke nicht, dass es Veto zu crazy wird. Aber wir sind auch vorbereitet, falls es wirklich verrückt wird. Also wird ein gutes Match. Ich denke aber 2-0 für uns. Erstmal Nahaufnahme. Und jetzt 3, 2, 1. So Zoomt Max auch manchmal. Ja. Deine erste Map vorbei ist, ist dann auch schon direkt Veto. Ja, ne, Veto ist direkt, wenn wir ankommen. Veto on arrival. Das heißt, wenn es eine dritte Map geben sollte, haben wir noch theoretisch übertrieben, viel Zeit für uns. Ja, und wir wissen die Maps trotzdem. Okay. Sobald beide Teams da sind, ist es direkt Veto. Hey Leute, willkommen zu unserer Roomtour. Das ist unser Prackraum. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mmh, leckerer Muffins. Jetzt Karim-Kam. Salamu Aleykou. Alikum Salam. Boah. Tag. Hast du auf Band? Mhm. Mhm. Ja, Alter. Reicht. Die Hand Gottes. Benji 1, Benjamin Grüneberg, bigclan.gg Schreibt mal unter den Kommentaren, was mit dem Jungen nicht stimmt. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Boah, cool Schuhe, Benjamin, aber bekommt Beeiligung. Deswegen redet Densy viel. Sehr viel redet Densy, sehr viel am Reden. Lass mich nicht triggern, aber der am meisten Quatsch im ganzen Team ist Karim. Lass mich nicht triggern, aber... Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Du musst sehr viel rausschneiden, Max. Heilige Scheiße, ist das falsch. Richard und Gießen jetzt? Nein. Geht nie raus. Bleibt immer zu Hause. Es ist viel zu kalt drauf. Oh, Naut. Was? Ja, was? Ja, was? Und wie geht's euch so? Alles gut? Ja. Wie bei dir fahrt? Ja. 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 Ja, Ruf? Ja, Ruf? Ja? Okay, komm mit. Boah! Alter Mann. Ey, 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 Sef! Respekt. Grimbo, von der Türsteine ist Platte. Sef, stell dich gut rein. Steh, stell dich mal rein, Sef. Nein, gut, gut. Put, 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 put. Ja, gut, gut. Nein, da gehen alle weiter her. Sef, einfach rein. Das ist voll stabil. Guck, ich kann nicht mal lenken. Voll stabil ist das. Ja, okay, Sef, stell dich rein. Stell dich rein, wenn du willst. Stell dich rein, Benni. Stell dich rein, Benni. Nein, nein. Kinder, die Jugend heutzutage. Ja, der Bäckermeister kannst du auf jeden Fall nicht werden. Alter, das ist ein geileres Schalbe, wo das ist. Ey, das war's jetzt aber auf meiner Karriere. Was sagst du zu den Maps? Gute Maps. Gute Maps? Ja. Winnable Maps? Ja. Jede Map ist winnable, muss ich sagen. Was sagt denn unser... Ich mach 10 Kills in FPL, Benni? Was soll das denn schon wieder? Nein, Benni aimt besser als erwartet. Ja, das ist die beste Kombo. Die Dave Smoken da flashen. Das wird noch nie gehittet, Alter. Die werden ja so am Arsch sein, Alter. Hauptfache, fuck. Ich frage mich auf die hier. Was? Auch warum. Zeig Smoke für die Fans, für die Gang. Okay, warte. 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 Cave Smoke. Nein, doch, Cave ist gut. Das kann eh jeder. Ich zeig aber die schlechte. Hier, das Cave Smoke. Weil die gute darf keiner erfahren. Ey, Quack. Doch. Du musst mehr Liebe zu den Fans haben. Weil die, die das gucken, können ja auch Gegner sein. Um zu zeigen, dass ihr kein Gegner seid, gebt ein Like auf das Video. Ich muss eigentlich ja nur zocken. Ich muss eigentlich nichts kommentieren. Aber das ist schon nett. Nettes Smoke. Bei 300 Likes macht Seve die bessere Smoke. Skinbar und Loadout. Seve, wie viel ist dein Loadout wert? Glock, keine Ahnung wie viel die kostet. Knife 1500 oder so. Gloves 200. Moly 400. Flash 200. Und die Sticker? Was hast du auf den Sticker drauf? Titian Gold, Felben Gold, Yarrosch Foil und Karim Normalgarten. Warum können sie nur so ein Sticker? Besonders auf der ABP und Scout. Heute werden wir Liquid besiegen. Mark my words. 2-0. 2-0. 2-0. 1-0. 2-0. 2-0. Kochen Elmo100 mit 5 Jahren. 1-0. 里 Danach бойlich risners. 2-0. 2-0. 2-0. Nein, das geht man! Und Nitro, hello, ein Headshot zu Tapsen. So Liquidthrow wrench in the works. Wir haben ein 1v1 und Nitro... Gesäß, Alter! Nein! Kippen! Alter, als wenn ich heute nicht in Kito spielen müsste. Ich weiß, das ist aber schon. Dann kommt der Vent-Player zurück. Naft, 10 Sekunden Sticke. Schon 5 Sekunden da. Er fällt auf Fawin. Er hat ihn! Und 1 Sekunde! Nein! Geil Leute, komm! Geiler Start! Liquid hier, Mali inkludiert für die Hutte. So, gut, dass Krimbo bereits bewegt. Er lässt ihn ein bisschen mehr komfortabel sein. Die Berettas intimidieren dich, Kinder. Er fällt zurück. Und als er versucht, zu re-engagieren, es ist die Berettas, die sie schreiten. Oh, geil Leute! Geil! Wir sollten eigentlich gar nicht mehr trainieren! Oh, Alter! Ich hab so ver-aimt. Ich call den. Also den werd ich nie call, wenn ich so aimme. Ich bin ja sick! Danke! Anubis C-T, wir spielen gegen niemanden. Okay? Ihr wisst nichts. Wir spielen einfach den normalen Track. Anubis C ist was anderes. Outplay gegen die eine Ansage. Mitte einen Fake. Und dort verschwinden sie. Schreiben im Chat, wir kommen Mitte nichts. Und Saiten angreifen. In einer Kombination, wo sie besoffen werden. Das ist es. Wir starten C-T. Deswegen erstmal das Fake. C-T müsst ihr gar nichts wissen. Gar nichts. Ihr spielt einfach. Sie spielen Standard. Ihr spielt Standard. Das war's. Ihr müsst nichts wissen. Ihr müsst einfach nur gut reden. C-T, einfach mal ein bisschen C-T. Spielt einfach, als ob es Track ist. Geht einfach rein. Spielt. Geht einfach rein. Spielt. Geht einfach rein. Spielt frei auf. CT-Seite. Und als T werde ich euch gleich nochmal ein bisschen breezen. Wir gehen die ersten Clip durch. Unsere Explodes werden unter Hose ausziehen. Okay? 100.000%. Das war geil, dass du von hinten gekommen bist. Und immer wenn man den Typen nicht trifft, was muss man machen? Akzeptieren. Und perfekt wieder ausgespielt den Gegner. Ja? Das war richtig gut. Weil das zeigt den wahren Skill. Wenn du den tödest, ist es langweilig. Ja, Map 1 gehört uns. Die Jungs hitten heute sehr gut. Besonders Nils Rischer. Der durch ungelöse Verbindung nach Hamburg scheinbar beflügelt wird hier. Irgendwann mit einer Tischtennisplatte. Oh, Krimbo. Gonna have to pick up the slack. Rounds cake to the left side. O.C. Up close. Bind time. Wunderfully. Krimbo. He has shut this A-Site. Once, twice. Super geil, man. Super geil, man. Nice. Nice Bruder jetzt. Nice Bruder jetzt. Neh, nicht. Aber ich würde ihn nicht machen, aber die vierte. Die Wunder und ich brauche mal endlich eine Schmerzen. Nav's gonna get that response. Now the bomb is locked in here, right? Cause it's playing in from long A. Noch einer. Oh, der Platz braucht an. Was macht? Nooo! Yes! Yes! Another Individu... Ich habe nichts mehr gemacht, bitte. Ich habe sie. Ja, ja. Einer steht. Einer käse. Nein! Perfektes Setup, ich schwöre! Geil! Ja, aber, aber! Nein! Geil! Super! Wahnsinn! 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 Let's me speechless! Schön, der muss man! So muss das laufen, man! Wahnsinn! Geil, Alter! Der erste Win in der Bucke! Ey, ich sehe, viele Runden, weil du smart bist. Danke. Es ist so. Und auch, weil du gut aussiehst. Ja, ich schwöre, aber die Smartness, das ist... Wir haben sie mehr verstanden. Wir müssen ihnen vertrauen, dass wir sie nicht mehr verstanden haben. Ja, das kann man nicht anziehen. Ah, stimmt. Ey, 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 ey! Ich komm! Eine kurze Erklärung für die Zuschauer, warum diese Phänomene gerade passiert in erster Linie, weil die nach zehn Tagen im Prack Room komplett an Sauerstoffmangel leiden und in zweiter Linie Heroic angefangen hat dagegen zu schießen. Entstanden ist es eigentlich, dass... Also, die haben eigentlich angefangen mit dem Ball gegen die Wand zu pölen. Auf der anderen Seite sitzen die nämlich. Und dieses Gegenpölen wurde von Nils Gruner mit einem Zurückschießen beantwortet. Und das Spiel geht immer so lange, dass es bei einem per Fuß am Feld. Das ist so Übergang, weißt du? Mhm. Ich werfe so die Kamera leicht herbeißen und tsch, und eine neue Szene. Yo Leute, wir sind am Ende des dritten Blocks aus Kopenhagen angekommen. Wir hatten auf jeden Fall auch nach dem Spiel gegen Nippen noch einen kleinen Stuhlkreis, sagen wir immer. Da wurde sich jeder nochmal aussprechen konnte, wo wir nochmal Sachen analysiert haben. Das hat uns auf jeden Fall nochmal weitergebracht. Wie man auch gesehen hat, wenn ihr die anderen Folgen noch nicht geguckt habt, diese Folgen, die sind wirklich absolute Banger geworden. Jeder einzelne. Hier unten, da unten. Und jetzt brauchen wir nochmal all eure Energie für Sonntag 15 Uhr, wo wir gegen Heroic antreten werden. Für den Spot im Blast Spring Final.